Wie entsteht Tradition und wo beginnt Tradition? Jahrhunderte, lange Erfahrung, große Namen? Für uns beginnt Tradition genau heute. Gemeinsam mit Freunden, Familie. Genau hier. Mit Liebe zu unserer Region. Mit Produkten aus unserer Region. Tradition braucht keine Größe. Tradition ist so erlebbar wie unser Konzept. Bar und Brot. Seit 2018 in Klever.